Yvonne Wölke, 42, navigiert seit etwa einem Jahr durch einen anhaltenden Mediensturm. Als diesjährige Begleitung von Jamila Rove, 56, im Dschungel wurde sie einem breiten Publikum bekannt. Wobei ihr eine gewisse Nähe zu Peter Klein, 56, im Hotel nachgesagt wurde. Das führte zu einer langwierigen Auseinandersetzung mit Iris Klein, 56, sowie zu Anfeindungen im Netz. Yvonne enthüllt nun, wie belastend die gesamte Situation für sie war. Ich habe mich länger nicht in der Öffentlichkeit gezeigt, nichts Privates gepostet. Ich brauchte den Abstand ganz dringend. Gesteht die 42-Jährige gegenüber Bild. Die Auseinandersetzung mit Iris habe Yvonne stark beeinträchtigt. Wenn du fast ein Jahr immer wieder beleidigt und öffentlich angegriffen wirst, ist das schlimm. Das geht an niemandem spurlos vorbei. Besonders die Konflikte mit der Mutter. Von Daniela Katzenberger setzten Yvonne zu. Am schlimmsten waren die ständigen Attacken von Iris, gibt Yvonne zu. Während des Promi-Büßens wurde Yvonne unerwartet mit einem Gastauftritt konfrontiert, den sie sicher nicht erwartet hatte. In der Runde der Schande wurde Iris per Video zugeschaltet und feuerte direkt los. Yvonne ist eine erfolglose Schauspielerin. Seit 20 Jahren versucht sie, ins Fernsehen zu kommen. Hat sie ja jetzt geschafft. Durch mich.